So, da sind wir auch wieder bei meinem Let's Play vom GTA 2. Der ist schnell, den will ich haben. Na komm, so. Perfekt. Schneller wagen ist immer gut. So. So, gehen wir hier hoch und machen die Mission am besten. Ja genau, nochmal Panzerknacker. Weil ich fand hier eigentlich ganz lustig, mit dem Panzer da durch die Gegend zu rasen. Auch wenn wir nicht wirklich viel Erfolg haben werden. So. So, rasen wir da mal eben schnell hin. Naja, die Leute da sind echt hart. Wuhu, Stuntbonus. Ach, die Leute sind nicht hart. Machen auch nur ihren Job. So. Je schneller ich da bin, desto schneller bin ich auch wieder raus. Perfekt. Reib beide erstmal getroffen. Gut, der ist auch hinüber. Der auch. So. Ihr habt Glück gehabt. Und ich darf jetzt erstmal gucken, dass ich hier irgendwie irgendwo irgendwie wegkomme. Toll. Und da klingelt das Telefon. Weiter geht's auch schon wieder. Habt das Telefon. Ich bin es losgeworden, sagen wir es so. Weg da, weg da. Ist mir jetzt auch egal. Wenn schlecht, dann schon richtig. Weg da, weg da. Hier ist ja schon mal recht nett. Hier sind nicht so viele. Von den, äh. Ja, ja, genau. Versucht ihr da nur mal irgendwas auszurichten. Ihr macht das schon. Oder auch nicht. So. Ich hab das Gefühl, da komm ich auch irgendwie gar nicht näher. Oh ja. Jetzt hier die Sprungschanze. Mit dem Panzer. Gucken, ob das irgendwas bewirkt. Uh. Oh, ne fällt direkt runter. Ist ja langweilig. Aber ich will noch ein paar Autos überfahren. Wobei mir das Risiko zu groß ist, äh, von den. Ah. Wenn man gerade davon spricht, erwischt zu werden. Hier muss ich doch nur rein. Und hier wird bestimmt kein Panzer drin bestehen. Hoffe ich doch mal. So. Ja, klappt doch. Wunderbar. Muss ich nur aufpassen, dass ich da so eben richtig einparken. Mit dem Panzer natürlich. So wie man das eben macht. Und? Job erfüllt. Na wunderbar. Und? Zack. Wir können in die Kirche. Ist mir jetzt egal. Na ja. Ja. Fahren einmal im Kreis. Und dann. Ist mir jetzt auch voll egal, ob der jetzt da tot ist oder nicht. Die Mission hat's gebracht. War auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Und ich bin ja da auch einmal gestorben. Hmhmhmhm. Wird nicht wieder vorkommen. Kann mir jetzt auch voll egal sein. Weil. Ich hab's ja endlich hinter mir. War keine schöne Mission. Nee, nee. Geschafft. Ich hab die zweite Stadt geschafft. So. Hier irgendwo. Ja komm, da laufen wir den Rest. Das passt schon. Und da. Da muss ich rein. Ach so. Hier. Wunderbar. Da haben wir's auch schon wieder hinter uns. Ja. Die zweite Stadt ist auch geschafft. Was will man mehr? Perfekt. Mit 3.042.705. Stuhlende Fahrzeuge. Nur 34. Wow. Dafür hab ich eine Million an Autoschadenkosten hingekriegt. Überfahrende Zivilisten. 32. Und dann ermordete Zivilisten. 30. Joch. Geht ja noch. Getötete Polizisten. 8. Das geht doch auch. Machen wir jetzt erstmal hier aktuelles Spiel speichern. Naja komm. Lade ein bisschen schneller. Memory Card brauchst du nicht so lange überprüfen. Einfach. Ja ja. Hier der Pum. Ja ja. Kann überschrieben werden. Speichern auf Memory Card in Memory Card Steckplatz 1. Wunderbar. Ja. Machen wir mal direkt nächstes Spiel. Äh. Nächstes Gebiet spielen. Das war's dann auch schon. Wenn. Ich das hinter mir hab. Aber da muss ich bestimmt 5 Millionen oder so. Für aufwenden. Das wird bestimmt nochmal ein bisschen länger dauern. Und die Missionen werden bestimmt auch nicht leichter. Sondern eher im Gegenteil. Okay. Du hast es geschafft. Du bist also im Industrial District. Versuche es nicht mit der russischen Mafia zu verscherzen. Bekehrt oder von den Zerbatsos vernichtet zu werden. Weiterhin viel Glück. Okay. Okay. Auto. 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 Ah. Hey. Cool. Cool. Was hier für Autos rumfahren. Ach komm. Nimm ihn. Wir fahren jetzt erstmal nur so. Aua. Ein bisschen hier durch die Gegend. Um die Stadt mal ein bisschen kennenzulernen. Ist für den Anfang glaube ich. auch immer ganz nützlich. Dass man das macht. Damit man sich ein wenig auskennt. Und was hier so Sache ist. Man muss ja nicht so vergleich. Durchstarten mit den fetten Missionen. Upsa. Gut dass da ein Zaun war. Sonst wäre schon direkt das erste Leben weg. Ah. Hier geht es gar nicht lang. Ah. Da geht es irgendwo irgendwie lang. Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Da jetzt so lange irgendwie. Mich durch die Gegend zu quälen. Ich laufe lieber. Ist kostenlos. Achso. Gut. Wir sind jetzt hier direkt bei den Russen. Habe ich aber gar keine Lust drauf. Jetzt schon irgendwie für welche. Dumme Missionen zu machen. Außerdem geht es hier nirgends lang. Ach Gottchen. Wo bin ich denn da gelandet? Gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Vor allem weil ich da auch nicht mehr zurückkomme. Mhm. Ach gut. Hier. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte auch um den Killerwan noch holen. Bleibt doch mal stehen. Ich will dich schlagen. Du. Ha. Tedium. Hört sich an wie so ein chemisches Element. Pack. Pack. Ach Mann. Nicht bekommen. Stopp. Oh. Das war nix. Krim. Okay. Hat sich sehr russisch an. Den kriege ich. Boxtruck. Mit dem werde ich jetzt auch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Weiter. Die Stadt erkunden. Sieht sehr klein aus. Finde ich. Hat aber bis jetzt noch nix zu bedeuten. Die zweite war ja auch riesengroß. Mhm. Das ist auch wieder schon ein direkten Gebiet. Wollte ich aber auch noch nicht hin. Haben wir denn da für ein Gebiet? Irgendwas abgesperrtes. Bestimmt Polizei oder so. Und es ist einfach nur abgesperrt. Ein B-Type. Perfekt. Ich hab den Wagen richtig erraten. Wenn das mal nicht ein bisschen freaky ist. Wird kann ich denn noch nach da zum Beispiel. Was haben wir denn da? Zäune. Mhm. Ah ja komm. Den fahr ich jetzt da mal nochmal rein. Upsala. Escobar. Ich kenne Pablo Escobar. Nicht interessant. Hm. Langweilig. So. Wo kann man denn jetzt hier mal noch lang? Auf die Zeibatzus. Ah. Doch. Machen wir mal ein paar Zeibatzumissionen. Ich meine Schaden kann das nicht. So. Apotheken. Achso. Was sind das hier für ein Labyrinth? Muss ich hier nur erstmal da hinspringen. Gefällt mir jetzt schon nicht. Gebt mir erstmal hier Waffen. Gebt mir mal ein paar Zeibatzumissionen. Connecting. Grand Theft Auto. Ich bin irgendwo gestiften will. Mhm. Steal den Jefferson. Auto. V-Type. Perfekt. Habe mich halt doch noch gerade eben umentschieden. Ich will doch schon direkt ein paar Missionen machen. Bumm. Weg da. Ist im Weg. Joa. Ob ich es jetzt nur lange geradeaus fahren? Wie soll ich denn da rein? Ach. Bin ich bestimmt gerade vorbeigefahren. Da unten. Da den Eingang. Da. Da ist bestimmt der Eingang. Ein Hippie-Bus. Aber wie niedlich. Na hier ist auch ein Eingang. Toll. Job gescheitert. Naja. Kein Respekt verloren oder gewonnen. Immerhin. Oh ne. Aua. Der schlägt mich. So ein Brutalo. Gut. Äh. Ja. Lauf ich einfach hier lang und mach da die Mission. Ich hoffe es ist nicht allzu weit. Die erste Mission ist ja schon mal ordentlich fehlgeschlagen. Boah. Wie weit muss ich denn noch? Jetzt muss ich auch nur da hoch. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich erst die Panzerung. So. Okay. Anfangs. Waffe ist die Dual Pistol. Immer nehme ich die untere. Polizeicrusher. Ah. Grasshopper. Ich bin's. Aber ich mach jetzt erstmal eine Pause und weiter geht's mit dem Text. Danach. Bis später. Ciao. 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 Vielen Dank.